Hallihallo Hallöchen liebe Freunde hier ist wieder euer Drowney und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Ja neues BG, neues MOG, endet sich ja irgendwie nie bei mir beziehungsweise ja es gibt Traditionen die bleiben wie gleich was habe ich eigentlich hier das ist Season 4 Set dieses Käfer Set und habe halt nur den Gürtel vom Schmiedekunst Dreier und die Stiefel und wie heißt er nochmal also Großschwertes Grachsenstieg Gladiators hat sich groß was verändert zum letzten Mal ja ich habe mal wieder das letzte Urteil drin es ist halt mit so viel Mastery extrem viel also ich habe wenn der Brock kommt über 92% das ist enorm viel und ja es ist halt schon vom Spielgefühl her ist es halt ein bisschen langsamer und irgendwie langweiliger auch teilweise aber es ist halt auch ja es ist halt der Schaden einfach ne merkst du dann schon aber schade es fällt ja dem Sinne beides raus mit Legion von daher mit Gel? Na doch nicht. Na von daher was soll man machen ist halt so ne. So was haben wir dann hier eigentlich jetzt äh nicht tief und Schlucht. Der heißt Zwillingsgipsel. Zwillingsgipsel. Ah ja. Ist auch schon lange her wo ich glaube ich hier war oder? Ne ich glaube noch nicht. Ne es ist schon unused. Ich weiß gar nicht was ich im letzten alles anhatte. Weiß ich gar nicht so genau. Ich verwirr hab mich aus ob ich anders gelegt natürlich dann. Hier 20% Vielseitigkeit von der Tempo runter und Dein Restart of Mastery und äh ja es ist dezent ordentlich. So schauen wir doch mal nach was wir heute hier so reißen können. Wahrscheinlich nicht viel. Aber wir sehen uns das ganze doch mal. Oh es sollte schon laufen. Die letzten BGs die so waren waren nicht so toll. Oh 3 Akamajai. Ah hier ist der Zerk. Er ist nicht weglaufen Leute. Okay wer sieht der den Bersi. Mädels rüber. Rüber Mädels. Nimm uns halt den da. Erst dann will ich ihn nicht. Oh in line. Äh. Silence. Oh. Komm her. Zack. Da ist der mit dem Bersi. Na. Da ist der mit dem Bersi. Ah der hat mich schon mal am Target. Buka. Der muss mal helfen. Was ist dann? Das wird nicht. Äh das wird nicht. Du Scheiße. Oh das war falsch. Scheiße. Hahaha. Das war falsch. Hahaha. Ach kacke. Alle den Zerk rein. Mit CDs verreckt. Nein. Scheiße. Nein. Wie kann man nur so blöd sein. Wie kann man nur so blöd sein. Aber gut. Das bin halt manchmal ich. So. Danach. Kann man buffen. Oh geil. Oh geil. Wie sie farmen. Nein. Nein. Die stunnen wir mal. Hand auflegen. Ach du Scheiße. Der hat keinen Block mehr. Dann stirbst du jetzt auch. Ich hole ihn auch noch weg. Komm. Du kriegst erstmal Stun. Killing Spree. Double kill. So nicht. Ist da nicht einer durch? Was willst denn du hier? Willst du dir sonst anzündest? Tja. Jetzt machst du erstmal gar nix. Wieder voll heilen hier. Oh das FC hab ich doch richtig gesehen. Ich hab jetzt gar nicht geguckt oder hat der jetzt zweimal geblitzelt oder nur einmal. Hö hö mein Freund. Nö. Nö. So nicht. Oh fuck. Hallo. Ich würde sagen. Bubble habe ich gedrückt. Ich bin da. Vergesst das mal schön. Das werde ich glaube ich nicht lange überleben. Nein. Natürlich nicht. Aber ja klar. Zu viel Schaden. Zu viel Schaden. Die sind auch nicht so doll. Ja gut. Okay. Die Magie ja durchcasten kann. So. Die Magie gar nix. Naja. Gut. So. Was ist denn da? Wo ist denn da? Nicht sichtbar. Ach. Die föhnen da sogar schon. Kleckert man sich schon nicht mit. Gerade mit Ruhm. Ne. Ist alles auch verstreut. Dahinten. Wie sie alle hier hinlaufen. Aber für uns ist kaum einer da. Oder überhaupt Heiler. Kein Heiler. Dann ist klar. Boah. Boah. Geht erstmal in line. Und cd ist halt. Wahrscheinlich verreckig. Not. Unendlich vermerzen. Boah. Kann ich nicht. Na komm. Kann ich nichts. Geht 10 Leute. Mit 10 Leute. Achso. Mit einer deutlichen Überzahl. Ist klar. Na ja. Gott. Naja. Ja, mach 2-0. Ja, 2-0. Okay, das wird ein schnelles und scheiß WG werden. Aber, Schatzende, vergangs schon mal gesagt, die WGs müssen auch sein. Nee, da brauch ich nicht hin. Tut mir leid. Da musst du sterben. Was ist das? Da ist einer. Da ist einer. Den könnten wir schnappen. Der hat nicht gar nichts. Was ist das da hinten für einer? Gucken, läuft der weg. Fingern ab. Ja. Kriegst du erst mal Stun? Kriegst du das rein? Kriegst du das rein? Ja, wir sind halt jetzt in der Überzahl. Aber wen interessiert denn das? Blade Storm! How to worry. Ah, ein Shami. Da ist er doch. Ist doch nicht mein Freund. Ich sehe überhaupt nichts. Lächerlich. Lächerlich. Na ja, gut. Das war da noch ein Hexer dran. Ja, okay, gut. Wenn da noch ein Hexer dran war. Ja, okay. Der Hexer hat noch ein bisschen Schaden gemacht. So dezent. Ein Hexer. Ja, der Affleber ist da genau. Dann ist natürlich klar. Ich wollte schon sagen, der Shami kann mich nicht allein so runterzimmern. Was war da noch ein Mädchen dabei? Ich wurde hochgeschossen. Ja, okay. Da vorne ist er schon. Hat der angegriffen? Nee, das war's dann. Ja, mal wieder ein kurzes. Ja, was soll man machen? Ja, da hinten ist unser Zerk. Ja, ja. Schade, schade, schade. Jetzt konnte ich euch den Damage gar nicht so schön demonstrieren. Ach, beim nächsten Mal dann. Schade. Echt mies. Ja, gut. Das war's. Erster Heal. Ja, toll. Aber wir hatten sogar einen Heiler. Naja, da hat er nicht viel gemacht. Tja. Was soll man sagen? Ich sage auch immer, danke fürs Zuschauen. Und wenn was sein soll, ab damit in den Kommentaren oder auf Twitter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Schade. Schade. Untertitelung des ZDF, 2020